Du weißt es nicht. Du weißt, wo wir hin sind. Ich finde nur Vasen, aber keine Bibliothek. Ist ja fast genau das gleiche. Ja. Und schon wieder eine Klaue der Flamme, was ist überhaupt? Ach, wie ein Mensch. Oh ja. Ich kann über Wasser gehen, ich bin hier so. Ich auch. Nee, Jesus kann ich schon fast nur was anderes sein. Ja, aber wer kann ich für Gott? Du musst Mohammed sein. Ich bin Mohammed alt. Nein, du lebst noch. Ich bin Bora. Ich weiß nicht, ob man mich darüber freuen sollte. Nein, ich hab die Biotop gefunden. Und hier, die ist auch nicht zu übersehen. Doch, doch. Das ist ein ganz kleiner Eingang. Ich enttäusche mich nicht, mein kleiner Dark-Name. Okay, Green. Green, du machst das jetzt. Ich tänke mich. Ja, Green macht das jetzt richtig. Ich labbe mit meinem Unter-DPS. Was ist das? Ich bin was kleiner, sehe ich zu? Oh. Ich hab mehr Sails als den, aber er macht jetzt auch noch einen Schaden. Okay, das dauert definitiv zu lange. Hast du Maul? Nice. Ich mag gar nicht so wenig Schaden an dem. Ich weiß es nicht. Dauerte trotzdem. Das ist Schaden. Das ist Schaden. Ich hab jetzt voll so viel mitbekommen, dass ich irgendwas auslöschen muss. So, ich hab's geschießt, das Tartel Helles zu finden. Endlich. Ab geht's! Oh Gott! Was? So, mehr geben wir gerade. Du musst die aufgespießten Engel befreien, ne? Oh, ich hoffe mal, ich hab hier auch genug leben können. Ich weiß es nicht, ob ich das packe. Ach, nö. Alter, das brauchst du mir nicht erzählen. Da unten ist ein Engel. Warum rennen wir vor? Hä? Wieso rennen wir wie so behinderte durch die Gegend vor? Ich dachte, wir müssen die Engel befreien. Ja, au. Da kriegst du einen Erfolgsfälle, wenn du so viel mehr freist. Ja, aber wir rennen ja einen vorbei. Nein. Doch, wir haben schon vier verpasst. Nein, die O-O-Regner. Goldene. Da unten waren schon ziemlich Engel, die hätten wir freien können. Ich hab die doch jetzt weiß, du musst einfach nur draufschießen, die vom Strahl. Jetzt kümmere dich lieber drum, nachdem die Gegner töten ist, der macht mir schade. Weil ich will wirklich noch mal befreien. Bei mir waren die alle noch so... Schon völlig überladen, wir sind schon schon vor. Aber es kommt noch genug Engel vielleicht, ne? Das hast du auch gedacht. Ja, das hast du mir nicht vorhin gesagt. Wir sind nämlich alle noch da. Ach, warum nicht recht haben, dann mache ich doch meinen Analyse mit an der Hand. Du, wir sind alle natürlich Engel. Ja, wir werden befreien können. Ja, für du, dass du die Zähne macht uns aufgescheißen. Aber ich spiele nicht. Rapp! Ich bin wieder in den Kerzen der Hoffnung. Was war es schon? Ja, das war nur eben ein Boss. Ja, und was bringt das dann? Ja, da ein Boss, der kann man eben was locken und dann geht man wieder raus, kommt wieder da raus und dann reingegangen ist und dann macht man ganz normal weiter. Das ist so ein Event-Portal. Ja, ja. Ja, ja. Das kam ja auch so. Fast kein Messie mehr! Fast kein Messie mehr! Kommen wir die nächsten zwei Runden an die Box! So ein Fall Glauben bringt man die eben zerstörte Paraport. Fantastisch! Das war die schnellste Runde! Wieso eineinhalb Stunden? Wie haben wir gesagt, wir hatten die Formel 160. Ja, hätte ich auch wetten können, als ich nicht. Deine Reifentemperatur ist genau richtig! Alles ist ja falsch ab. Akt ist dritten, Akt ist locker geschehen. Ah ja, fangen neues Spiel an! Also mit dem Charakter-Familie an. Panzermissionen müssen wiederholen die ganze Zeit, also mach das mal einfach! Ja, das war halt. Einiges wenig geht's mir nicht. Ja, das ist ja sinnvoll. Muss die Inferno spielen. Ja, was glaubst du versuchen wir grad? Inferno? Ja, das ist ja sinnvoll. Ja, als es die Event-Monsterschlüsse nicht gab, war alles viel einfacher. Da war man mit Level 50 oder Ende 40 schon im Inferno drin. Nein, war man nicht. Ich schon. Ja, da war man nicht. Ja, da war man nicht. Du übersteigst mich. Und irgendwas glaub ich, hab ich mit meinem Monk echt dramatisch falsch gemacht. Weil ich bin mit Level 54 auf Hölle und krieg einen zweiten nach krass auf die Fresse. Dann hast du was falsch gemacht. Ja, was hab ich mit dem glaub ich falsch gemacht. Kannste jetzt alles wieder ausbessern. Ja, mit dem Hunter hab ich glaub ich bis 60 gespielt, aber da war ich auch grad erst Anfang entfernt. Bei vor der Monster-Stufe war es nämlich so ausbalanciert, dass die wirklich mit Level 50 schon im Inferno bis zu. Im Moment ist es ziemlich ruhig auf der Strecke. Queen, wir können ja gleich mal Dings gehen in so dieses komische Pony-Level da. Mhm, gibt's da was cooles? Da kommen wir mit. Blocker. Noch 5 Minuten in dieser Session. Auf geht's. Oh, ich hab noch einen Invent, noch einen Gegenstand aufgehoben, dann muss ich auch weg. Oh Gott. Oh, Stangenhaxt. Wir haben grad 6 Legendaries. Wenn du jetzt creepierst, wirst du das nicht machen. Stopp. Ja, genau. Wirst du mal flächen? Wirst du wieder laufen? Wirst du da helfen? Wirst du da helfen? Wirst du da helfen? Ich glaub das Aufheben ist ein guter Schritt. Wirst du den anderen? Ja. Wenn er jetzt den Anschluss mit Sekunden schneller gemacht hätte, wäre ich da unten gewesen. Ich bin gleich viel da. Du lässt mich hier alleine? Oh Gott, ich werd von so einem Knochen teilen. Wart 5 Sekunden. Ja, ey. Oder eigentlich etwas Besseres. Na, glaub ich. Ha, hab ich den fertig gemacht. Ja. Ja. Ich geh da mit Samen um sich spüren. Ja. Ja. Schon wieder so. Ich bin noch 3 Meter unter der Knochen. Ich kriege sie! Okay. Alter, was denn das? Zwiebeln mit Bein. Ja Alter das Teil ist so. Alter, das Teil ist so. Alter, die Teil sind zu so. Das ist was mit dem. Die Moswea angegriffen. Stimmt. Die kleinen Viecher, die über dem Boden krabbeln, sind echt lustig. Ja! Farbenhörl, das Schuhgut der Ecke ist ganz richtige Sache. Die riesen Zwiebel greift an. Aua! Alter, wie viele Zwiebeln hier kommt. Ja. Unterschätzte Zwiebel war ich, ja. Tut mir leid. Die würde ich halt töten. Zwiebel einmal mehr. Oh, hier steht der Agent Dairy Cookie. Die Leute. Oh ne? Du kommst zu spät. Ein Doppel-Meteor noch mal weg. Oh, und schon wieder was Gelbes. Dämonenjäger. Scheiße, Dämonenjäger. Dämonenjäger. Finde das Portal. Oh, hier runter wahrscheinlich. Das Maul-Diablo. Das Maul-Diablo. Dämonen scheiße, Dämonen. Das ist sie. Ok Tratze Noch eine Minute, nur noch eine Minute Stellern, hör auf, sich zu laufen Hey, ich bin unterhalb Die Verkehr Das Viecher Ja Ja Ja, du hast sowas sowas Ja, aber ich glaube, wir haben einen Gegenstand drin, wo ich mehr magische Gegenstände drin habe Green wollen wir alles ablaufen Das ist bestimmt hier Feindenplatz Ja, es gibt sowieso nur zwei Wege noch Jetzt ist er komplett Also jetzt hier in den Rotarschfab, wir haben das gemacht, oder? Ja Und dafür habe ich irgendeinen Erfolg bekommen Nach 20 Shuttgold im Töten Bei mir haben wir so irgendwie viele Wege Ein kraftiges Teil ist eben Willi-Trop schon so Er ist locker Jetzt ist es offiziell Wir halten heute eine Podiumsplatzierung für möglich Wir halten heute eine Podiumsplatzierung für möglich Gib dein bestes Es ist einfach Das ist wirklich zu schnell. Ja. Weiß nicht. Haben Sie übrigens mehr der Vigiliger? An mit 3. Aber ich bin es ja nicht reichert. Fuck. Nein! Das wird wieder auch die Wurzeln gibt in diesem Fall. Normalerweise wird noch ... Ich hoffe. Irgendwelche Technik? Ich hab den Schatz kommen gleich da und ich hab ihn da auch nicht mehr genommen. Boah! Legende. Oh, ich sterbe! Wer? Wer hat das Legendäres geklappt? Gerade ich hab ihn nie vertraut worden. Zeig mal her, was du willst. Hell, wie? Ich hab den Schüssel gemacht. Ich spiel jetzt erstmal raus. Ja, das ist ziemlich geil. Die O-Rex. Die O-Rex und die O-Rex. Die O-Rex. Die O-Rex. Gibt's schlecht, oder? Und das habe ich auch nicht. Ja, der Rex gell. Da spielst du zwei, zwei Legendäre nicht mit. Ich hab nur acht blaue. Laufst du schonmal vor zu dem Ding, wo du hängängst? Die müssen uns wieder verkaufen gehen. Das kaufe ich auch. So, blau, okay. Oh fuck, ähm, brauchst du zufällig? Moment. Aber es hat unten was kalt. Ja, brauchst du zufällig? Zwei-Hand-Schwerten. Zwei-Hand? Ja, 113-Inch. Nee, meine Sache. Ist das eine Frage? Doch. Doch, aber nur gewisse, also du kannst keine Lanzen. Normales Schwert, das kann man sehen. Speer runter kann brauchen. Obwohl, der Speer ist auch nicht. In der Petrol. Soll ich meine Mannschaften brauchen sollen? Soll ich meine Mannschaften brauchen sollen? Soll ich meine Mannschaften verwerfen, weil die scheiße sind. Ich bin ein Zauberamt. Ich bin ein Zauberamt. Das ist Leo, weil ich so ohne... Und... Das ist schwer. Ja, aber du sagst, das ist ein Zauberamt. Das ist ein Zauberamt. Und ich kann das jetzt nicht richtig aussehen, ich kann es nicht ganz einfach so richtig aussehen. Super gut. Super gut. Super gut. Super gut. Super gut. Super gut. Ich hab ja irgendwas mit Zoologes freigeschleißen Ok, Green brauchst du einen Einhand... Brauchst du einen Einhandenstab mit 33 Int? Nein, ne? Einhand mit 33 Int? Nein, na, 66 Obwohl ist der Axt, aber trotzdem Ja, meinst du Zauberstab gewesen? Ja, meinst du tot? Das ist Axt Bist du jetzt drinnen alleine? Bist du hineingedrückt? Ja Weil hier fällig war Wir müssen dann morgen hohe Ja 15 Minuten leichter Regen einsetzen wird 15 Minuten... Wo sie jetzt alleine gegen Diablo kämpfen Boah, schaffst du mal Ich glaub an sie, Green Ich versuch nicht, er zu dir zu... Ah, ich hab's geschafft, ich bin bei sie drin Hier, perfekt Ach ne, das dauert noch ein bisschen Ich hab' einfach die drei Dinger da erledigen Ach ja, ja, ich hab' noch drei Tore, die wir erledigen werden Ich hab' schon vorgerannt Ich hab' schon vorgerannt Der ist ja nicht so gewesen Oh Gott! Ich bin tot Achso Wo kam der DER auf einmal her Bei mir war der nicht Der hat zu mir teleportiert Meine komplette Rüstung ist am Marsch Ja, jetzt gehen wir wieder Der hat sich ja zurückfohlen lassen Der hat kaum mitzubauen Guck mal eben Achso, was? Hast du weg der Assallstoff? Was? Nein, das ist ja sowas legendäres Du, jetzt erst zum Schnellschiff Oh, ich hab' im Schnellschiff Dein Frontflügel ist leicht beschädigt Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben Ähm Hehehe Ja Wer? Nein, Reins. Ich hab dir Spaß eingeladen. Ich dachte, wir sind gleich nicht gekommen. Vollwidermaßen. Ich dachte, du wolltest... Welches Spielfeld ist das hier? Albtraum, ne? Shit! Normal! Was? Er versucht die Lücke zu schließen. Ja, ich bin normal. Ich kann leider noch in einer Schwierigkeit sein. Wieso bist du mit Level 33 noch normal? Weil du ihn gepusht hast. Ne, ich bin ja in seinem Gegenring. Ich pushe ihn ja nicht. Keine Ahnung. Weil ja nur, dass ich dich mit höherer Monsterstufe spielen kann. Ja, wir spielen mit höherer Monsterstufe. Ah, das ist ein Problem. Ah, das ist ein Problem. Das ist schlecht. Hast du jetzt schon so ein Slime benutzt? Naja, eigentlich... Mit dem Level war ich schon ein Eisraum. Oder Höllo war ich da praktisch an. Gut, ich hab auch mit dem... Ich bin ja höherer da als ich. Durch Tank. Irgendwie. Aber der hat wohl schon... Monsterstufe 1. Ja, da gab es noch keine Monsterstufe damals. Ja, Rains... Du hast ja schon Pölle. Sprich, da können wir ja schreien. Ja, ich hab glaube ich auch Inferno. Ja, Inferno. Und ihr noch nicht, okay. Ich kann hier, wow! I'm raising folks. Ja, ja, ich bin nicht schon. Wenn ich das so hier hab? Ja, ja, ja. Kannst du in dein Nachhalt noch einen fahren? Wir betönen jeder Schwierigkeit grad einem nachher am Ruf spielen. Und du brauchst ja nur einen Fein oder so mehr. Und der kontaktiert ja sowieso alles. Warte, wir erreichen die Sicherheiten. Aber die Kabel dann safe spottet, theoretisch. Aber warnt man die auf Monsterstufe 10 oder niedriger? Krass. Ich geh aber... Ich freu nicht, aber wie macht man das auch mit Monsterstufe 10? Ja, weil der Tropfen so besser ist. Okay. Was ist wrong? Mit Wasser. Aber wir müssen auf jeden Fall Disco mitnehmen. Witz. Ähm, du. Ich wand schon fast alles hier. Ja, ihr unterschätzt die Polnissen nicht. Unterschätzt die Polnissen nicht. Okay, ich hab die Opel mit 160er Barbar gefahren. Die waren teilweise schon echt stark. Oder vielleicht war's auch entfernen und weiß nicht, ja. Aber die waren nicht gelegt. Ja. Ja, du Scheiße. Ja, du Scheiße. Wir glauben, dass in 10 Minuten leichter Reden einsetzen wird. 10 Minuten. Das geht los nicht, Alter. Da will ich mal einen Skate für meine Rüstung machen. Und im Moment, wo ich die Tastete bin ich schon tot. Ja. Guck mal, schön alleine. Toll. Ach, das ist schon wieder ein Endboard gekriegt, ne? Nee, ich buchte mir nicht die Endboard. Okay. Okay. Nein, nein. Ich weiß nicht, nein. Ich weiß nicht, nein. Ich weiß nicht, nein. Und, ja. Die Boxenschuh erwartet dich am Ende dieser Runde. Ich weiß nicht, nein. Ich weiß nicht, nein. Ich weiß nicht, nein. Ich bin schon noch weiter, 10 Kilometer weiter hinten und das Teil legt mir immer noch weiter. Dann renne ich neben mich, weil das steht nicht richtig. Was ist das denn? Ich hasse mich. Welche denn? Der hat schon viermal gereckt, oder? Ah, hier hinten, Green, äh, Schwein. Du warst bei mir immer auf eine Nullschau und über die dringest du die Glocke? Ja, das war jetzt überhaupt falsch. Was war so geschaden? Ich sterbe mich gerade. Hallo! Hallo! Der erste Mockerang, wo du auch beider krepiert werden. Ja, mein Gott. War nur ein Standardmock. Ihr seid gerade im Standardbaum, passt beide gereckt. Ich bin gereckt. Na gut, wenn du im Witz-Asi stehst. Ich bin da nicht weggekommen. Ich bin da nicht weggekommen. Du bist schon alles rausgeklopft. Oh Gott, du hast mich geblieben. Ja gut, das Gift zieht aber auch verdammt viel. Helden, keine Stoppen mehr geplant! Pass auf deine Reifen auf! Sobald du dein Laserstrahl draufholt, ziegst du den Lebensmarkt und du musst ja umgehen. Ha ha ha! Hast du den Doppel-Lip? Kann ich lassen. So, jetzt machen wir I-I-U-Za-Ele, wie der Typ heißt. Ich hab'n Schläger neben euch. So, Green, du musst deine Fallrüstung aufheben, ne? Weil ich weiß nicht, ob ich den Typ halte. Und den Typ klappt, den muss ich vielleicht wieder bewegen. Das war grad ein cooler Damage, 1-2-3-4-5. Au, ah! Ach, Fazio! Da! Dein Frontflügel ist leicht beschädigt, aber du kannst wohl draußen bleiben! Markel! Warte, wie du kletztest die eigentlich? Ja! Den machen wir doch grad fertig. Ja, ich weiß. Der hat direkt gespielt, der konnte mich ja noch gar nicht hitten. Und? Jetzt hat er alle Zauberlagen gewöhnt. So, jetzt fühl ich ihn wieder und jetzt kriegt er... Okay, er ist tot. Los, du weißt noch nicht, wo du bist gestört gekommen. Ich gucke gleich noch die Auto, oder? Nein, nein, die Auto ist offen. Ja, ja. Ach, doch, damit werden die drei Portale da öffnen, oder? Habt ihr die Tor... Habt ihr doch schon beschlossen? Wenn ihr jetzt bei Isua schon bleibt? Nein, da ist in die Türreihe gegangen. Was ist passiert? Ich hab keine Ahnung, wie ihr da seid. Ich hab keine Ahnung, wie ihr da seid. Nein, Hans, Peter! Okay, Peter hab ich gerade gefühlt gehabt. Okay, Green, du kannst schon mal weiterlaufen, ich bin in der Stadt. Ich bin der Voll. 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 Ein Passagier. Oh, du bist der Liebe? Du bist der blood und 35 Wind. Aber ich bin der Fläche gefällt dir, ich bin der 컬러. Ja, ich bin der Fläche. Ich spiel hier mit 3D, aber ich bin der Fläche und habe mich überwärtig, ich kann spiel. Was kommt mit der Dien? Cool, der Schnapp jetzt für mich wäre hebrisch, aber da sind wir vermoggen, wenn... Wir haben uns raus. Was hat der hier für ein Auftrag gehabt? Alter... Ich glaube, dass schon wieder was explodiert. Ja, ich bin explodiert. Vorhin der Mob war gefroren und konnte nichts machen und trotzdem bin ich nicht gestorben, weil noch nicht leichten. Mensch, schnell, schnell. Ja, gut. Gehen wir erstmal rechts. Natürlich. Dadurch, dass du mit der Hand schon unruhen gehst, kann die Hand jetzt nicht schaden. Ja, du hast es wieder mit. Ja, ich habe 12.740. 14.740. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe keine Ahnung... Ich habe keine Ahnung, wann wir laufen. Das ist die Brücke. Ja, ja, irgendwann kommen wir irgendwo an. Guck... Und jetzt laufen wir gleich noch von der anderen Seite zurück, dann kommen die ganzen Gegner wieder. Aber ich glaube, wenn sie richtig gelaufen, finde ich gut. Nicht. Wie du willst schon gestern. Nein! Nein! Okay, kommt schon wieder komische Musik. Ja, ich glaube auch. Aber was ist mit dem Endgag? Immer wenn epische Musik kommt, muss ein Endgag sein, aber hier ist keiner. Ich bin der Endgag. Kannst nix. Mehr zu. Wieviel TPS machst du denn? 400.000. Ja, okay, dann hast du den Korn. Oh, stopp. Das wird glaube ich auch noch zu viel. Jawohl nein. Ach, Schatzkopf. Okay. Ist eigentlich nicht zu viel, ich bin auf dem nächsten. Ich kann auch mitmachen, wenn ich's mal. Ich soll's doch noch heute noch mal machen. Zwar. Wohl, der stellt eine Gruppe langsamerer Wagen. Oh, dann. Der Apothek. Ja. Okay. Ich soll's mal abbrechen. Ich kann mich nicht um... ... ... ... Ja ich auch Obwohl, Green Card bleibt mir stehen Ich wünsche mir eben meine Stilz Ich brauche Diamanthaus Diamanthaus und die Ohren stehen So Alles Ich habe das letzte Mal rausgefunden, dass du ein Schaden bist Passer zu mir drauf Ach Scheiß, der Typ kann einen greifen, musste aufpassen Und vor dem komischen Feuer wegdrehen Das schaffst du? Weiß da nicht Der Topp ist schon mal Der Topp ist schon mal Der Topp ist schon mal Der Topp greifen und irgendwo hinwerfen Wo man instant stirbt Ich habe das neu getan Ich habe dich Eigentlich habe ich dich gerade wieder belegt Ja, aber die Genau am einen hinweg rausgekommen Oh fuck Nehmen Wunsch an Das ist mir jetzt nicht so gut Dass du gerade konntest Joi Bring mir wieder Schade, wo jetzt? Was ist noch Diamanthaus an? Wie können die mich angreifen? Äh, wer ist das denn? Trotzdem kriegst du kein Schaden Äh Kann er mich nicht einfach mal in Ruhe sich wiederbeleben lassen? Ja Werf mich irgendwo hin, komm Okay Moment, ich muss den Diablo irgendwas schicken Weil ich nicht nachgefahren Ja, so Und seinen Schub Komischen Schattengröne auch Ja, 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 ja Nein! Bleib mal liegen bis rück Ja Verfrechen von anderen München Ja, der geht schon wieder auf dich Ja, Koppeln Ich stehe Ja, 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 ja Ja, ja, ja Nein, nein, mussten wir nicht Der Kreis im Mittwoch mich an Mein Tod, mein Tod Oh, die Todsabgabe Nein! Nein! Warte, 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 warte Warte, warte, warte Warte mit Killen Wieso, das kommt noch zweimal die Sequenz hier Achso Geht jetzt erstmal unten weiter normal Achso, jetzt wäre ich Er hat jetzt nur ein Drittel der Ecke Ich würde nicht sagen Ich wäre nicht so ein Drittel der Ecke Auch hat mir ein Drittel der Ecke Der Mensch Jaaaah Jaaaah Aber ich fühl's sich halt eigentlich auch fast, dass er sich hat. Also, erhöht sich in den Burksammeln eigentlich nie mehr. Einzig Gute ist, nach ich mehr Felten habe, dass er Schaden macht. Also 37.000 Eben. Warte, 40k, 30k... Renemann. Ja. Er ist jetzt down, gleich. So, fertig. Unbewonnen. Kannst aufhören. Das ist vermutlich unsere Entplatzierung am heutigen Tag. Da bin ich am Gürtel zu dich. Geh keine Risiken mehr ein und fahr unfallfrei in den Seelen. So, wenn die Mühe war, war's doch nicht. So, wir haben Patty. So, das ist okay, doch, ne? LOL. Alter, wie geil ist das denn, die Waffe? Ich hab ne mit 225 Geschicklichkeit. Warte. Ja, aber nur viele, viele, viele Panzerwachen. Und 50 drin. Und 44, Schaden. Richtig gute Sachen. Okay, seid ihr fertig, müsst ihr noch fahren. Okay, dann können wir schnell. Kommen wir in unsere Gruppe? Ja. 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 Ach, der Schubb. Immer am Stern. Ja. Oh, die. Ja. Oh, die ist skeptisch auch. Wie geh ich denn aus der Gruppe raus? Rechtsklicken und dann gucken wir das. Da, da. Ich kann nicht mehr einfach bei euch reinjoinen. Irgendwann hat das euch geaktiviert. Es geht nicht mehr, sonst gings immer, aber es wird bis jetzt nicht mehr... Ja, hab ich. Es gibt die Gruppe Eingaben. Ach, ich melde dich jetzt einfach. Du bist eine reale Bedrohung. Disco, lad mich einfach ein. Ja, klar. Ah, gut zu tage haben wir da gerade weggeschleudert. Isco, isco. ... ...